So, und Damen und Herren und herzlich willkommen zur zweiten Aufnahme-Session von TPC. Eigentlich ist es schon die dritte, aber die Map ist irgendwie gefehlt, also konnte ich irgendwie speichern. Und deswegen machen wir jetzt hier weiter. So, ähm, ich springe hier gerade schon mal, so. Äh, wir haben das Ganze ja schon gemacht. Und so, deswegen kann ich das jetzt, ne. Wir machen mal gerade die Musik an. Genau. Diesmal ohne Facecam, weil ich einfach das ganze Zimmer umgeräumt habe. Und, äh, umgeräumt habe und noch nicht dazu gekommen bin, einen guten Platz zu finden. Geil. Sagst du auch mal was? Nö. Okay. Aus Trotz nicht. Mama. Ja, also wir haben jetzt hier schon relativ viele Versuche jetzt gebraucht. Ja, und zwar, kann ich mal ganz kurz eventuell eine Story erzählen. Also, er wollte fressen, ich habe mir was zu trinken geholt. Dann, äh, ja genau. Und ich habe so eine Klappe im Zimmer. Weil du ja in den Dach bist. Ey, Joschka, hinter dir. Ja, ich bin ja auf dem Dachboden. So. Äh, ja, ne, jetzt ein weiter. Dahinter dir ist dann eine Truhe. Wenn du hochspringst, siehst du die? Ja. Was war drin? Ein Diamant. Ja. Buh. Alter. Du kannst weiter erzählen. Auf jeden Fall so, diese Klappe ist so mit so einem Hebel, also mit so einem Scharnier halt am Boden fest. Und, ähm, da dran ist so ein Band. Und wenn man das an dem Band nicht langsam runterlässt, dann fällt die halt volle Kanne zu. So. Und ich hatte das Band aus den Händen gelassen, ist rausgerutscht. Und was macht es? Äh, und was macht die Klappe? Fällt volle Kanne auf mein Landkabel, ja. Landkabel, Kabelbruch, jetzt muss ich erstmal wieder mit dem Adapter arbeiten. Das ist ein, äh, Strom... Internet? Haha. Komm her, los, spring. Jetzt hab ich gerade eben noch was getrunken, ey. Oh Gott. Ah, Junge, fick dich. Du Hund. Ah, Junge, bin ich jetzt? B-Junge, Ah, Junge? Ja, und ich bin jetzt gerade ein bisschen pisst, aber wir haben ja bald sowieso wieder neue Landkabel und dann geht das wieder, dann haben wir ja 2,10 Meter. Dann bald hole ich mehr Außengehäuse-Lüfter. Übrigens ist heute tatsächlich der 13. Also wir produzieren immer noch vor, damit wir das halten können, mit dem jeden Tag eine Folge. Ja. Und ja... So, das war jetzt Absicht, damit ich das immer so machen kann. Oh, hier, ganz viele Freunde von dir. Von dir, Junge. Ja, warte mal. Magst du Döner? Ja. Ach, schade. Ach, nur mit Kalbsfleisch. Schade. Oder Hähnchen. Echt jetzt? Ja. Das ist ja ganz schlau. Ich bring... Pfff. Ja, danke. Ja, komm her. Ja, wir haben hier ein bisschen schlechter in den Garten. Ich hab hinter mir einen Block. Komm her, spring. Los, spring. Trau dich. Trau dich. Los. Nee, ist kein Problem. Trau dich. Na, jetzt baut er den ab, weißt du? Nee, sowas würde ich nicht tun. Nein, aber da muss ich springen, ey. Da dance ich hier noch lieber ne Runde. Nein! Oh Gott, und dann... Oh Gott, und dann hau ich immer... Nein! Boah, nefft mich das, ey. Boah, nefft mich das, ey. Oh, meine Fresse, ey. Boop. Boop. Hm, schade. Lol. Wie geil! Wieso wurde ich hierher geworbt? Ach, scheißegal. Ja, wie gesagt, TP, also zurück teleportieren ist nicht. Weil, da muss man nicht... Doch, haben wir schon festgemacht. Hä, mit zurück TP'n hab ich ja auch nicht gesagt, dass man das muss. Ich hab mich schon gewundert, dass du es geschafft hast. So, meine zwei Smaragde, würde ich sagen, ne? Lol. Ähm, irgendwie spackt die Map gerade bei mir ein bisschen rum. Weil... Hä? What the fuck? Hä, jetzt bin ich wieder im Stain... Äh, was? Hä? Guck mal, ich... Wenn ich hier auf den grünen gehe, dann werde ich zum Checkpoint-Center geportet. Hier, warte. Wollen wir mal. Dann werden wir ja ganz kurz hier... Ach, scheiße. Hä, wir sind... Sag doch einfach, wir sind fertig, Punkt. Ich hab's ja geschafft. Ja, nee, aber trotzdem... Hä? Wieso? Ich werd doch wohl hier Dingens machen können. Warte. Ich werd ja wohl die Challenge-Stände machen dürfen. Weil ich werd, wenn ich... ...mich zum Checkpoint walken will, zurück teleportiert. Hier, warte. Dann werd ich direkt im Checkpoint-Center getüdelt. Mhm. Aha, aha. Mhm, mhm, mhm. Mysteriös. Ich tausche erstmal mit... Kann sagt... Oder soll ich ganz kurz die Dingens neu starten? Die Map? Die Lahnbild. Mhm. Kannst du ja machen. Aber mach ich das aber in der Aufnahme, hab keinen Bock jetzt. Ja. Ähm, 5, 1, 4, 6, 4. Ich find im Moment den Protektor-Remakes am besten. Ja, aber wär kein... ...Dings da... ...von den Dubs der Premix im Moment laufen. DJ auch ab und so, ne? Hm. Hey, Leute, wohin kommen wir denn wieder zurück? Ja. Achso, ja, stimmt. Da ist ja die Mawl. Äh, ja, übrigens, wie... Achso, ne, Mawlp 2.0 gibt's ja jetzt noch einen Sturm. Hey, lol, ich bin total... Greens and First Sands, ne? Ja. Warte, ich tippier mich eben zu dir. Danke. Lol. Bist du jetzt schon sprung gesprungen? Nee. Boah, hier voll schwer, Alter. Ja, der verkackt waren wir bestimmt voll früh. Ja, ach was. Alter. Nein, stimmt ja! Ah, 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 ah. Bist du. Oh, du bist rübergefallen, meine Frist, bist du schlecht. Du bist vor allem sowieso zum falschen Ding ins Gespräch. Äh, äh. Doch. Nein. Wo bist du denn jetzt? Ich bin hinter dir. Lol. Dafür stirbst du. Das weißt du, ne? Oh, Gott. Nee, ey. Komm, wir plaudern mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Wehe. Nein, ich krieg den nicht mehr. Nein. Oh, Gott. Los. Ja. Fick dich. Ja. Du Hund einfach nur. Wow, wow und so. Ja. Junge, ich kann doch nichts dafür, dass du Wichser runterfällst, so weil du nun kein Jump'n'Runner kannst, ey. Kein Jump'n'Runner kannst, was? Oh, kein Jump'n'Runner. Es ist auch so früh in der Aufnahme-Fashion und ich raste schon so aus, ey. Das kann kein gutes Zeichen sein. Vielleicht hast du ja deine Antidepressiva heute nicht genommen. Doch. Ach so. Ich will echt nehmen. Ja, du nimmst doch kiloweise. Du frisst die Dinger wie Brot. Ich versaufe pro Woche mehr, als du monatlich verdienst. An Alkohol. Ja, ich verdiene auch nicht so viel Alkohol. Das ist jetzt nicht unbedingt die Währung, die bei uns so eingeschlagen hat. Meine Fresse, ey. Wir sind aber beide gerade auch schlecht, ne? Also jetzt ehrlich. In der letzten Aufnahme haben wir den ja wohl beim First Strike geschafft, oder? Aber, ey, meine... Meine Lenden jucken, Alter. Äh, siehst du? Wo ich spreche, ne, ne? Hä? Alter, bin ich doof. Alter, ich bin aber auch scheiße wie so ein Stück Toastbruder. Das ist ein Stück Scheiße geworden ist, weil sie Geschlechtsaufwandlung gemacht hat. Ertugspot ist ein Geschlecht, genauso wie Schimmel. Oder Scheiße. Lass jetzt gerade... Worüber lassst du jetzt gerade? Dass ich da so abscheiße einfach. Siehst du? Abscheißen ist auch ein Geschlecht. Ja, komm, hau mich ruhig. Komm her. Achso, lol. Das war nicht absichtlich. Das war echt nicht absichtlich. Ich denk so. Wie da so springen, du drehst dich um und ich falle rund. Einfach so geil, ey. Ah ja, fand ich jetzt eher weniger. Muss ich einfach mal so. Meine Fresse, bist du aber schlecht heute. Ja. Alter, fick dich. Oh, schade. Oh, jetzt bist du noch nicht so ein Wichser. Du bist so ein Wichser einfach. Ey, du weißt schon, dass wir da jetzt beide nicht mehr rauskommen, ne? Hast du... Ist der Checkpoint noch zu? Ja. Ja, muss ich wohl die Challenge machen, wa? Wenn ich den Checkpoint 6 aufmache. Ja. Mal öfter. Okay, dann muss ich mich zu dir tippen. Oh, lol. Und dann vielleicht auch noch ein Gamebook gehen. Ja. Cool. Oh, nee, Sandstein wollte ich nicht. Nee, ich muss jetzt schalten, bitte ich nicht. Ach, nee, ey, meine Fresse, bist du behindert. Und du bist behindert. Hier willst du ein bisschen Lasagne? Komm, lecker, Lasagne, Junge. Nein, ey. Oh, scheiße, du hast dich schon geplägt. Ey, du durftest noch gar nicht anfangen. Klar, ich hab den Checkpoint aufgemacht. Ja, aber ich war noch nicht da. Ja, und? Ist ja nicht in den Regeln. Doch, klar. Man muss erst auf den anderen warten. Dann hast du alle Regeln verpennt, oder? Ey, Junge. Ich musste auch einmal einen Block ersetzen und du hast nicht gewartet. Weil ich nicht da war. Ja, Block ersetzen. Aber du warst schon bei der Challenge. Und wir beide waren anwesend. Darum geht's ja. Ach, ja. Ach, ja. Ich hasse Einsatzsprünge, ey. Ganz ehrlich, man denkt die ganze Zeit so, hm. Ja, da muss man bestimmt voll krass springen, aber ist ja gar nicht so. Alter. Das ist knapp, ey. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, Gott. Aber ich hab noch einen Snickersnick essen können. Im halben. Alter, bin ich scheiße gerade, ey. Übrigens wurde, ich hab das Intro-Video jetzt sechs oder sieben Tage online. Und es wurden zwei Kommentare abgegeben. Und zwar einmal, alle sind scheiße. Und einmal, ich finde das letzte am besten. Deswegen sieht es bis jetzt aus, kann ich da nicht irgendwie... Los, du Pferd.